Querulantenwahn, Querulatorenwahn, Paranoia-Quirulans Der Querulantenwahn, auch Paranoia-Quirulans genannt, zählt zu den anhaltenden wahnhaften Störungen, bei denen ein Langdauerwahn das besondere Kennzeichen ist. Das Charakteristikum des Wahns hierbei äußert sich durch mangelnde Einsichtsfähigkeit, bei der Betroffene die wahnhafte Überzeugung entwickeln, im Recht zu sein. Menschen, die vom Querulantenwahn betroffen sind, haben ständig das Gefühl, in einer feindseligen Umgebung zu leben. Sie fühlen sich schnell, egal ob zu Recht oder Unrecht, von anderen Mitmenschen hintergangen, ausgenutzt und betrogen. Diese Angst führt Betroffene dazu, sich zu eigenwilligen Gegnern von Ämtern, Gerichten, Nachbarn, aber auch der eigenen Familie und Freunden zu entwickeln. Was ist Querulantenwahn und wie äußert er sich? Die Bezeichnung Querulant abgeleitet von Quer, vor Gericht klagen, Rechthaber, wurde von der Psychiatrie aus dem juristischen Sprachgebrauch übernommen. Für Juristen bzw. in der Rechtsprechung galten Querulanten als Menschen, die trotz geringen Erfolgsaussichten einen Rechtskampf besonders energisch und unbeirrbar durchsetzten. Im IK-10 wird der Querulantenwahn als sonstige anhaltende wahnhafte Störung klassifiziert. Es handelt sich dabei um eine spezielle Form des Wahns, dem oft eine bestimmte psychische Struktur zugrunde liegt, eine paranoiden, querulatorische Persönlichkeitsstörung. Ein echter Querulantenwahn, der alle Kriterien des Wahns erfüllt, ist äußerst selten. In den meisten Fällen von querulatorischem Verhalten handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung, eine nicht wahnhafte, nicht psychotische psychische Störung, paranoide bzw. querulatorische Persönlichkeitsstörung. Diese Störung wird im IK-10 unter den Persönlichkeitsstörungen angeführt, F60.0. Persönlichkeitsstörungen sind tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die in der Kindheit oder im Jugendalter beginnen. Betroffene zeichnen sich dann meist durch einen rechthaberischen, verbissenen, humorlosen, verletzlichen, empfindlichen, und misstrauischen Charakter aus. Sie fühlen sich bei Kritik sehr schnell gekränkt und sind überzeugt, dass ihnen Unrecht von ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen angetan wird. Die Unterscheidung zwischen querulatorischer Persönlichkeitsstörung und einem querulanten Wahn kann oft schwierig sein. Die extreme bzw. wahnhafte Steigerung dieses Fehlverhaltens wird schließlich als echter querulanten Wahn bezeichnet, er beginnt meist im mittleren Lebensalter. Diesen Menschen fehlt es meist völlig an eigener Einsichtsfähigkeit, weswegen sie auch dann an ihrer Überzeugung festhalten, auch wenn die Beweislage eindeutig gegen sie spricht. Sie sind sich ihrer eigenen aufdrängenden Handlungen nicht mehr bewusst, eigene Interessen werden rücksichtslos verfolgt, der Standpunkt anderer kann weder akzeptiert noch eingenommen werden. Ein Wahn erfüllt die Kriterien nach Karl Jaspers, subjektive Gewissheit, Unkorrigierbarkeit und Unmöglichkeit des Inhalts. Übt nun ein Arzt, Beamter oder ein Mitglied der Familie Kritik, kann dies sehr schnell eskalieren. Nicht selten erheben Betroffene aus kleinstem, meist belanglosem Anlass Klage oder beschweren sich vehement bei Behörden, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Diskussionen verstärken die aggressive Haltung der Querulanten oft noch weiter. Die angewendeten Mittel stehen in keinem sinnvollen Verhältnis zum erreichten Ziel. Merkmale des Querulantenwahns sind und andere, überhöhtes Selbstwertgefühl ständiges Misstrauen unbegründete Gedanken an Verschwörungen übertrieben Empfindlichkeit bei Rückschlägen oder Zurückweisung streitsüchtiges, nörgelrisches und beharrliches Bestehen auf dem eigenen Recht hohes Aktivitätsneuer Mangel an Verständnis für die Rechte anderer Wie entsteht Querulantenwahn? Die Entwicklung eines Querulantenwahns setzt eine bestimmte psychische Persönlichkeitsstruktur, nämlich oft die paranoide, querulatorische Persönlichkeitsstörung, voraus. Zurückzuführen ist die Entwicklung meist auf vorangegangene Kränkungen, persönlichen Niederlagen oder ein verletztes Rechtsempfinden. Häufig wurden diese Menschen tatsächlich ungerecht oder unangemessen behandelt. Typologie-querulatorische Tendenzen können in den unterschiedlichsten Bereichen auftreten. Nicht jeder Querulant ist gleich. Folgende Typen lassen sich unterscheiden, rechtsquerulant, der klassische Prototyp des Querulanten wurde erstmals von Juristen so bezeichnet. Bei rechtlichen Angelegenheiten wird der Psychiater als Sachverständiger vor Gericht herangezogen, um die Zurechnungsfähigkeit des Betroffenen bzw. des Angeklagten oder Klägers bei Straftaten zu beurteilen. Karriere-querulant, dieser Typ entwickelt seine wahnhaften Symptome an seinem Arbeitsplatz oder Dienstort. Die Betroffenen fühlen sich von ihren Vorgesetzten meist benachteiligt, schlecht behandelt und fürchten, dass ihre Karriere Schaden nehmen könnte. Der Psychiater hat hier die Aufgabe, die Berufs- oder Dienstfähigkeit des Betroffenen in Form eines Disziplinarverfahrens zu klären. Rentenquerulant, hier handelt es sich meist um Menschen, die sich in ihrem bisherigen Leben nicht in die Gesellschaft eingliedern konnten oder deren finanzielle Ansprüche nicht erfüllt sind. Rentenquerulanten versuchen vehement ihre vermeintlichen Rechtansprüche, meist hinsichtlich ihres Rentenanspruchs, geltend zu machen. Selbst ein Bescheid über ihren Rentenanspruch, der zu ihren Gunsten ausfällt, kann die Betroffenen nicht beschwichtigen. E-querulant, E-querulanten zeichnen sich dadurch aus, dass sie um die Unauflöslichkeit der Ehe und ihrer eigenen Vormachtstellung darin kämpfen. Haft-querulant, dieser querulanten Typ lebt im Bewusstsein, fälschlicherweise oder zu streng verurteilt worden zu sein. Es handelt sich um Personen, die unbeirrbar um ihre Freiheit kämpfen. Kollektiv-querulant, ein Kollektiv-querulant kämpft für die Bedürfnisse und Rechte anderer bzw. einer Minderheit, auf die er seine eigenen Bedürfnisse und Ängste projiziert. Er sieht sich selbst meist als Träger einer moralischen Verpflichtung. Welche Folgen kann querulanten Wahn für Betroffene haben? Menschen mit querulanten Wahn sind meist Einzelgänger. Ihre wahnhaften Verhaltensweisen stellen für das soziale Umfeld eine starke Belastung dar, weswegen sich Mitmenschen immer mehr von ihnen zurückziehen. Dies kann in einen Teufelskreis führen, werden Betroffene von ihrer Umwelt gemieden, sehen sie sich in ihrer wahnbedingten Auffassung bestätigt. Wie kann man querulanten Wahn behandeln? Da sich die Betroffenen ihrer Störung nicht bewusst sind, sind es meist Angehörige, die zu einer fachärztlichen Untersuchung raten. Der Arzt wird die Therapie je nach der zugrunde liegenden psychischen Erkrankung wählen. Bei einer wahnhaften Störung, seltener bei ausgeprägter paranoider Persönlichkeitsstörung, können beispielsweise atypische Antipsychotika zum Einsatz kommen, also Medikamente die auch eine stimmungsstabilisierende Wirkung haben. Eine Psychotherapie erweist sich in den meisten Fällen eines Wahns als wenig erfolgsbringend, kann allerdings bei Persönlichkeitsstörungen erfolgreich eingesetzt werden. Generell sollten Mitmenschen auf einen risikoarmen Umgang mit dem Betroffenen setzen und eine fürsorgliche Haltung einnehmen, um den Stress zu verringern. Unbürokratisches Reagieren kann sehr hilfreich sein und den Verlauf günstig beeinflussen, das Fortschreiten aufhalten. Das bedeutet etwa, sich auf keine inhaltlichen Diskussionen mit dem Betroffenen einzulassen. Auch vom Versuch, sie in die Enge zu treiben oder bloß zu stellen, ist abzuraten. Die schürzenden Querulanten waren nur noch weiter. Das vorsichtige Darlegen der Belastung, die der Betroffene sich und seinen Mitmenschen zumutet, kann als Behandlungsmaßnahme in manchen Fällen jedoch helfen.